Bhagavad-Gita, Vers 3.32 Wer aber aus Neid diese Lehren missachtet und nicht regelmäßig danach handelt, ist allen Wissens beraubt, getäuscht und zu Unwissenheit und Gebundensein verdammt. Erklärung Der Mangel, nicht Krishna bewusst zu sein, wird hier klar ausgedrückt. Wie ungehorsam gegenüber dem Befehl des Königs bestraft wird, so wird auch mit Sicherheit ungehorsam gegenüber der Anordnung des Höchsten Gottes bestraft. Weil sein Herz leer ist, weiß ein Mensch, der nicht gehorsam ist, ganz gleich wie bedeutend er auch sein mag, nichts von seinem Selbst, vom Höchsten Brahman, vom Paramatma und vom persönlichen Gott. Daher gibt es für ihn keine Hoffnung, sein Leben zu vervollkommenen.